So, dann Shelf Control. Du hast gerade eben schon was gesagt. Ich habe auch heute was dabei und zwar, sieht man es jetzt hier, das hier, Use to Power. Ist großartig, ist quasi von einer Dame, die man auch so ein bisschen als die amerikanische Greta ansehen kann. Die sieht man auch bei TEDx und so weiter. Die hat auch, glaube ich, einen eigenen YouTube-Kanal und so. Die hat eine andere Delivery. Also da merkt man richtig so, die räumt richtig was ab. Also es ist eine ganz andere Art, mit den Themen umzugehen. Ist dann auch ein bisschen amerikanisch, aber auch so ein bisschen, reißt nochmal ein bisschen anders mit. Die hat auch ihren Shit Together, weil die nämlich halt eben auch die Zusammenhänge sehr, sehr gut und sehr, sehr eindrücklich erklären kann, was das Ganze auch mit Kolonialismus zu tun hat und warum Gender auch tatsächlich ein Thema ist und so weiter so. Also wer sagt, er möchte da einen einfachen Zugang zu haben in das ganze Thema, auch in die komplexen und auch die supranationalen Linien dieser ganzen Sache, der findet darüber, glaube ich, einen einfachen Zugang. Also ist auch ein bisschen einfacher zu verarbeiten als irgendwie Club of Rome. Und das Schöne ist vor allen Dingen, das ist halt nicht ein Erklärer der Klimawandel, sondern wie, sie heißt ja, eine Anleitung zum Handeln. Wie man eben selber was tun kann, wie man selber den Arsch hochkriegt, wie man andere begeistern kann. Da stehen sehr gute Sachen drin, wie man vernetzt und was für gute Aktionen sind und so weiter. Wie man Teams organisiert, wie man Zellen organisiert und so weiter. Das heißt also, mit dem Buch kann man schon, wenn man sagt, ich möchte gern mich als Zivilgesellschaft hörbar machen und ich habe keinen Bock, mich irgendwo anders anzuschließen, sondern ich möchte gern selber machen. Der hat hier quasi eine Art Blaupause, die richtig gut ist.